... schön reinzukommen, Ulf Wagnester hat das heute Nachmittag noch ein weiteres Mal vorliegen. Auf den 11. Lang haben wir den Dritten, der nun auf die GPO-Bahn kommt, das ist Conrad Stanley. Er war gestern mit einer 7,0 weit von seiner persönlichen Bestseite entfernt. Das ist sein allererster Start hier auf der Deku-Altes-Porter-Mail in der Klasse FIA Pro Stock. Meine Eltern, die Sie zur Wahl haben, wurden von den Dritten, die wir in Österreich sind, mit den 3 Minuten durcharbeiten. Meine Eltern, die wir in der Klasse FIA Pro Stockengest machen, den Klasse FIA Pro Stockengest machen, die wir in der Klasse FIA Pro Stockengest sein, die wir in der Klasse FIA Pro Stockengest machen, die wir in der Klasse FIA Pro Stockengest haben.